Hier präsentieren wir die 5 besten Plattenspüler-Test. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Auna Yarrili. Dieser Plattenspüler durch den Markennamen Auna finden sehr unterstützende Retro-Layout und fördert auch gleichzeitig mit seiner modernen Funktionen. Das D-Signal erhält überwiegend positives Feedback sowie wird gelobt von den Kunden für seine fortschrittliche Auftritt zusammen mit für einen großen Lärm. Die Auna Yarrili-Lay-Datensatzkammer wird nicht nur für die Wiedergabe von Dokumenten, sondern auch für die Digitalisierung alter Aufnahmen erstellt. Vielen Dank an eine USB-Benutzeroberfläche, die Lieder können verschoben werden, um jede Art von Computer oder Handy. Nummer 4. Sony PSLX 300 Automatischer USB-Plattenspieler Dieses Modell bewertungen mit seinen kompakten Abmissungen und kann mit Leichtigkeit ausgeführt werden. Dank der Gurt garantiert Antrieb das optimale Niveau der Glätte des Drehtellers sowieso einen natürlichen Klang. Gibt es keine Autostopp-Funktion an Bord, der Plattenspüler sollten manuell abgeschaltet werden sowie auch begangen. Die exakt ausgewogene Tonarm kann sanft auf dem Teller, ein hohes Maß an Vielseitigkeit beliebig positioniert werden. Der Dokumentspieler ist mit einem Vorverstärker ausgestattet und kann an verschiedene Audio-Tools direkt angeschlossen werden. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer List Nummer 3. Dual DT 210 USB-Schallplattenspieler Dieser Plattenspieler bringt nur 2,75 kg auf die Bereiche sowie ebenso überzeugt mit seiner platzsparenden Abmissungen. Zu guter Letzt sorgt ein moderner Pickup mit gedämpften Tonarm-Liftschonende Behandlung. Der Gürtel fahren Zusicherungen ausgezeichnete Laufruhe des Drehtellers. Vielen Dank an ein genaues Rubin-Nadel, eine experte Klangqualität erreicht. Für DJs ist dieses Modell nicht die Spitzenreiter, da gibt es kein Pitch-Regelung an Bord. Nummer 2. Dual DT J301.1 USB-DJ-Plattenspieler Die Premium Pickup mit einer Rubin-Roden-Nadel stellt sich eine herausragende Lärm ohne Quaken und verschiedene andere Hintergrundgeräusche. Mit der Dual DT J301.1 können Singles und RPS effizient mit 33,1,3 und 45 U-Schrägstrich min gespült werden. Durch eine integrierte USB-Schnittstelle können die Aufnahmen an einen PC oder verschiedene andere kompatible elektronische Tool unabhängig von seiner aus verschoben werden. Und die Nummer 1 unserer Liste. Karche K8050 Plattenspieler Mit seinem stilvollen Mahagoni-Log das Dokument kam er sieht nostalgisch sowie anspruchsvoller als auch sofort entwickelt ein Wintergebiet. Karche K8050 ist geeignet für die Wiedergabe von Vinyl-Dokumente mit 33,1,3 und 45 U-Min und auch mit einer praktischen Autostopp-Funktion, um sicherzustellen, dass das Gartgit sofort nach dem Spiel schaltet ausgerichtet war. Darüber hinaus ist es schnell möglich, das Dokument von jeder Art von Faktor spielen. Auf Wunsch können zusätzliche Audio-Lautsprecher angebracht werden. Wie ein Mangel an den fehlenden USB-Anschluss ausführte, ist dieses Gerät nicht um ein externes Gerät wie Computer oder Mobilgerät zu befestigen. Für die Aufnahmen dieses Dokuments zu digitalisieren ist Spieler in Folge dessen nicht geeignet. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.